Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen bei Filme.de Z-Box Unboxing Video. Die Z-Box kriegt man auf www.zavi.de. Dieses kann man im Abo bestellen. Einmal für 24,99 Euro im Monatsabo. Oder man staffelt sich das. Das geht bis zum Quartalsabo, Halbjahresabo oder Jahresabo. Je länger man abonniert, desto günstiger wird es. Schließt man direkt ein Jahresabo ab. Kostet das nur noch 19,99 Euro. Das Paket, wie gesagt, kommt moratlich. Es sei denn, es ist Corona, es gibt Mutationen oder es ist Winter und es schneit. In den letzten Monaten hatten die ein paar Probleme. Die hängen ein bisschen hinterher. Im Grunde haben wir jetzt drei Möglichkeiten, was da drin ist. Entweder Games, entweder Thema Sci-Fi oder vielleicht sogar ganz aktuell Februar-Thema Heroes. Was ist drin? Schauen wir mal nach. Spannung steigt. Messer ist stumpf. Und was ist Tipp dir? Welcher Monat? Hä? 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 Das Monat der Allweißbeliezenplastikverpackung. Sehr viel Plastik. Sehr, sehr viel Plastik. Noch mehr Plastik. Und was kommen wir hier? Batman. Deck and White. Minifigure. Was haben wir denn mal? Batman, Batman, Batman. Schauen wir mal nach, was drin ist. Spannung steigt. Und wir gucken mal auf die Höhe. Das ist... Batman, Jason Febock. Wer immer es auch ist. Aber... Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Es sieht übrigens danach aus, als wäre es tatsächlich erst die Februar-Box. Sprich, Dezember, Januar ist noch nicht bei mir angekommen. Sprich, Februar-Box, Thema Heroes. Aber Batman, ich wursch. Sieht schon cool aus. Infinity Gauntlet. Ich bin Iron Man. Dann machen wir mal auf. Da schiebe ich drin. Flaschenöffner. Kann man immer gebrauchen, wenn es wirklich ein Flaschenöffner ist. Und Durst haben wir alle. Ja, vorhin verpackt. Hui. Es glänzt. Es will nicht aus der Verpackung. Es ziert sich. Tada. Ah, mit Magnet. Was steht da drauf? Wer kann es lesen? Ich nicht. Gold auf Gold. Glitzert. Und ich kann trotzdem nicht lesen, was draufsteht. Aber... Es ist vom Gewicht her ordentlich. Schön schwer. Das Ganze basiert übrigens aus der Mega-Hit-Reihe Avengers Endgame und Infinity War mit einer der besten Filme der Reihe der Marvel Cinematic Universe. Und dann gucken wir mal hier. Zurück in die Zukunft. Ein T-Shirt. Mr. Fusion. Die T-Shirts sind übrigens Chernier-Begleiter. Beim Bestellen kann man die T-Shirt-Größe angeben. In meinem Fall ist es L. Steht hier aber nicht drauf. Und man kann angeben Männlein oder Weiblein. Das geht von S bis zig mal XL. Also ich denke mal die richtige Größe sollte für jeden dabei sein. Was haben wir hier? Ich suche nach Mr. Spock. Ein kleines Pösterchen. Hm. Das war's. Also ein kleines Foto-Posterchen. Batman. Der Firschnöffner. Nein, dieses Messer ist nicht dabei. Und das Zurück in die Zukunft. Sehr geile Filmreihe. Kann ich jedem empfehlen. So, das war's im Z-Box-Unboxing-Video. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Mal dabei. Falls es dann man nicht schneiden sollte. Falls Corona bis dahin erledigt ist. Vielleicht kommt dann das Paket sogar pünktlich. Also bis dahin. Ciao. Bis dahin.